Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat die US-Geheimdienste gegen Kritik in Schutz genommen. Im Übrigen müsse auch Europa mehr zum Schutz gegen Terror unternehmen, sagte Friedrich am Montag in München. Also jetzt sage ich Ihnen mal was. Noch bevor man überhaupt weiß, was die Amerikaner da genau machen, regen sich alle auf. Beschimpfen die Amerikaner und diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel. Ich bin der Auffassung, dass Europa von überall aus der Welt durchaus bedroht ist und dass wir deswegen die Kontrollen unserer Grenzen verstärken sollten. Durch ein Fluggastdatenabkommen, um zu wissen, wer fliegt da nach Europa, von woher und ein Anmeldeverfahren online, wie die Amerikaner es machen, damit wir wissen, wer kommt aus allen Teilen der Welt nach Europa. Das wäre glaube ich ein großer Fortschritt und die Amerikaner haben damit beste Erfahrungen gemacht.